Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Rubrik auf unserem Channel, die heißt Let's Troll League of Legas. Mit dabei sind ich als Nunobot, was ohnehin schon treu genug ist, und jetzt definitely not Blitzcrank Pascal Meeves mit Smite. Hi! Jo, hallo! Für alle, die sich fragen, was wir uns hier zum Vorbild genommen haben, gebt mal bei YouTube ein Blitzcrank Trolling Guide und guckt euch das Blitzcrank Troll Guide von A Trolling Noob an. Auch ein sehr schöner Name. Ein sehr schöner Name, ein sehr schönes Video, ich lache mich jedes Mal kaputt, wenn ich das angucke. Und ja, wir versuchen das mal so ein bisschen zu imitieren, oder einfach nur so grob nachzumachen, sagen wir das mal so. Ja, wir werden jetzt unseren Junglern ein bisschen helfen. Man sieht es hier, Pascal hat extra Smite dabei. Ja. Wir helfen hier aber nur dabei, Zeit zu sparen, damit sie einfach schnell gecleatet sind. Zeit ist wichtig. Zeit ist Geld, denk dran. Ist richtig. So, wir starten mit Q. Kaufen wir uns denn. Oh Gott, Pesky. Darf man einfach ein bisschen mahnen haben. Ja. Ich werde auch meine, also keine roten Pots kaufen. Habe ich gerade gemacht, habe ich wieder zurückgegeben. Echt nicht? Ich habe sie gerade zurückgegeben. Ja, ich habe doch meine Q. Ich habe doch geil meine Q, um mich zu heilen. Oh, wollen wir ihn jungen, oder wollen wir hören, wie er ausrastet? Nein, ich will den erstmal nicht. Seine Lache wird dabei so geil, ja. Unsere Lachen. Wir müssen ihm bloß machen, wenn er den tut. Ach, scheiße, ich müsste mir gleich ein Jungle Lighting kaufen. Ja, das mache ich später. Soll ich mal schreiben, I'm so sorry, Lee? Ähm, hätten wir eben die eigentlich noch normal? Hätten wir eben die eigentlich noch normal? Ja, also erst ich fress ihm den Krug weg und du smiltest später seinen Red Buff. Ja, wir müssen halt, ja, wir müssen halt darauf achten. Ja, das ist das. Weil der wird... Are you freaking kidding me? Der wird ziemlich, ähm... Der hat den nicht gesmiltet, ne? Ja, ne, aber ich will den nicht smiltet. Ja, ja. Geht der jetzt noch etwas? Jaa, wahrscheinlich. Toll! Der, der geht zu was machen. Das muss die unsere Hilfe. Dann können wir ihm mehr helfen. Du wirißt, dass du ihn gleich... Ja, ja. Geben muss, ne? So ein Noob Hehehe So, jetzt müssen wir noch einen umbringen hier Am besten gleich die Jinx Drei Achso, ich kann jetzt meinten und dann Hätt ich das gleich mal probieren Problem ist, hier sind auch viel zu viele Leute Am Leben wunder sein Yummy Müsste wirklich einer enorm Lass es stehen Naja, müsste abwarten Musste ich in Geduld liegen Grab den Thresh gleich mal Meinst du? Ja, wenn der so stehen würde nochmal Ja, wenn der so stehen würde nochmal Ja, freut ich den hoffen Ja, aber die stehen hinter einer ganzen Rage Ja genau Das war absolut unmöglich Warte mal kurz Ich muss kurz was tun Du gehst zu Blue Du gehst zu Blue Er braucht unbedingt Hilfe dabei Ja Ich seh das schon Wie war das? Wie war das? If you do things correctly Your jungler should not be level 1 Naaaaa Naaaaa Ich hab's nicht geschaut Ich hab's nicht geschaut Ich hab's nicht geschaut Ich hab's nicht gemerkt Ich hab's nicht gemerkt Ich hab's nicht gemerkt Alles klar Ich komm zurück Mensch Soll ich mich hässlichen? Wir brauchen einfach eine Ulti Ganz klar Noi Noi Ich hab's nicht gemerkt Ich hab's nicht gemerkt Wo ist denn mein Websack hin? Ja, dann los Noi Noi Schade Pass auf! Müller ist übel Fiel da was rein Der Mick ist das Perfekt der Ha 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 Nein, keine Mana! Ich auch nicht. Scheiße, der tötet dich! Nein! Wo hat der denn das Schild her gehabt? Der hat Barrier. Doch, der hat Barrier? Ohne Scheiß, der hat Barrier. Ohne Scheiß, der hat Barrier. So ein Scheiß-Pupi. Ich auch mir jetzt nicht mal rede. Besprochen. LOL Aber es sieht gar nicht schlecht aus. Von daher. Bis jetzt, ja. Wir sind richtig gut. Wir sind übelst gut. Ja. WTF? Ich geb Morello ein und kauf aufm Roddorf? Ach egal. Ich übel Schaden nehme. Arschloch. Gut Job. Unhooking. Lach mal. Hast du's Mike? Hast du's Mike? Ja. Aber... Warte? Okay. Lass ihn dann aber die Kills geben. Lass nicht übertreiben mit den Trolls. Können wir auch irgendwie gar nicht. Ja, irgendwie ist das geil. Egal, wir töten den da. LOL, du Lappen. Not serious. So schlecht. Wie konntest du den... Warte. Warte. Das wüsste ich auch gerne ohne Wiss. Also, das war schlecht. Warte. Warte. Jetzt. Warte. 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 Oh, das ist ein Klasse. Warte. 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 Der hat den Blue? Ja. Das ist einfach... Ich warte. Ich hätte ihm gerne den Blue geclared. Dum, dum, dum. Mh... Weißt du, wann darf ich losfahren heute? Äh, ja, bald. So 18 noch, weil... Yeti-Bot-Seek'in Yeti-Bot-Seek'in I will push forward and make my baldness known Nih, das nimmer machen Okay 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 4 5 Aber, jetzt mal ehrlich, hat der den eigentlich die ganze Zeit im Jungle verfolgt? Den Shaco? Den Jungler? Äh, wer jetzt? In dem Video. Ne, ne, ne. Also, keine Ahnung, ich hätte dir nur so Ausschnitte gezeigt. Ja, deswegen. Das Problem. Na. Ja. Wir setzen sie hinweg. 3. 3. Nester Flash. Hehehe. Lass dich doch gern um. Jinx holt! Woher die denn hin? Woher sollte die denn hin? Erst die holen, die Jinx. Die fahrt sie durch. Achtung! Ja, sie hat ja ab. Die hat schon. Jo. Perfekt. Too easy. Aber ich mag checken's, wenn sie da so doof rumliegt. Wie ein Herzchen. Ja. Ja. Man. Richtig süß. Richtig cute. Du musst eigentlich sein stehen. Nein! Das war... Leider nicht ganz korrekt gesmited scheinbar. Ja. Ja, ey. Dieser eine in der Seite. Das ist das letzte Mal noch knapp. Wenn du das weiß. Wenn's um den Jungler geht, haben wir den Guide gefailt. Hast du noch... Grab? Grab ihn gleich mal. Jetzt! Loll. Loll. Egal. Zurück. Nein! Du bist doch nicht hier. Das ist doch nicht hier. Naja. Du bist ja nicht schüttelnd. Lauf! 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 Ich glaub nicht, dass ich weggekommen wär. Egal. Ich hab jetzt noch 20% Abklingzeitverringerung. Fuck, Alter! Ja, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich den Jungle die ganze Zeit verfolgen müssen. Nee, nicht die ganze Zeit. So, Avi bechert jetzt. Oh, was davon nehme ich denn? Oh, nein. Fantastisch. Nee, wett mal nicht. Den würd ich gerne nehmen. Ja. Yo, Mann. Ja, den hast du dir verdient. Ach, danke. Das ist nicht. Bitte mal ausgeglichen Standstars. Echt getrollen. Ja. Wirklich nicht. Der macht viel zu viel Schaden. Ja, wir sollten jetzt auch mehr darauf konzentrieren, die Gegner zu treuen, als unser Team. So langsam. Das ist ja nur fürs Helden eigentlich. Alter, dass der dich auch gehostet ist. Oh, ich... Ich brauche deine Hilfe. Komme. Neu. 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 Hast du... Smile? Ja, aber ich... Nein. Oh, ich hab auch noch nicht mehr. Neu. 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 Oh, schade. Aber ich glaube, wir haben auch ne Squad, der nicht so super toll ist, zum Glück. Ja. Also der Lee ist bedeutend, hilft uns bedeutend auch dafür, dass wir ihn so träumen. Einmal, Ami. Ja. Ja, woher zieht sie mich? Nein, ich glaube, ich hatte keinen Wolken. Ja. Nein, der Schengel macht. Ja. Getsch. Kron. Kron. W외 live. Das ist ein leakserland. Heheh! Witness my superior playstyle and see you. My ultimate will devastate me. Or not. What did he do? No, he didn't. He's a noob. Hehehe. 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 wieso? wieso? harte, 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 harte! Ich bin da nicht mit dem Swain, der oben. Der hat 0-3, Leute! Toll, echt? Alter, wir trollen und spielen besser. Was ist das denn? Real Lips. Das ist einfach einer. Boxer superior to none, bots. Alter, wir trollen. Und rasieren die Bot voll. Der Lee wurde von uns am Anfang übelst getreut, fängt jetzt auch langsam an zu treuten und hat 8-2. Swain feedet einfach nur und Ari, keine Ahnung, feedet auch. Ist richtig mad live. Richtig mad live, ja. Aber wir können übelst schnell Baron machen, ne? Ja, bestimmt. Wir können sowieso alles überschnell machen. Wenn wir es mal denn machen würden. Ja, ich wäre noch am Leben, wenn die Ari eben so dumm den Threshkill chased hätte. Wäre ich vielleicht nicht, wohl vielleicht wäre ich nicht am Leben, aber die wären alle tot gewesen. Die sind richtig mad auf der Bot. Ich hoffe mal. Ich hätte eigentlich das Lead vom Happy Troll anmachen müssen nebenbei. Nein! Wo hab ich ihn denn richtig gehört? Doch. Ich töte sie alle. Ja. 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 Oh nein, das ist ja schon alles raus. So schuld. Ja. 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 Nein, der flasht. Ich bin gerade trotzdem mal rausgetabt. Kann sein, dass das Bild gerade hängt. Ich weiß, dass das Bild hängt. Nein. So, jetzt läuft nämlich noch das passende Lied zu diesem Game, das hätte ich früher machen müssen. Was läuft denn? Kennst du das Lied vom Happy Troll? Ne, kenn ich leider nicht. Ja, siehst du damit in diesem Video auch nicht. Okay. Schade. Na, Schacktricks sind so nicht, ja. Vor allem hundertprozentig. Fett! Kriege Fieber. Neu. Geil. Wie ihr alle Aschhaut! Geil. Geil. Ne, gut, nie. Ha! Das war's. So, ich lebe wieder. Beste. Die Lissandra ist echt ein Problem. Sandra? Ja, die Lissandra. Die gehen mir auf den Sack. Wir wollten der Drake, eins zu haben. Weg doch. Jetzt geht's hier mal richtig los. Meinen. Oh Gott, oh Gott. Du bist beim Drake, ne? Ja. Ja. Seh ich wohl. Bin ja auch da. Best troll EU! Uuuuuh. Die haben einfach da hinten geh'n. Thresh hat Goldfoss. Hier ist der Chateau. Das war der echte. Ja. Das der echte. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Läuft. Ich bin hier. Ja. Ja. Ich bin hier. Das wäre gut. ja nicht genau so dass die holen Leute JA MAN oh man ich bin so froh dass der mit uns treut jetzt jetzt lassen wir ihn ja auch in Ruhe weil er mit treut jetzt er stirbt noch ne das nicht mehr ha 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 tap wastewater super hop du TU Herr Oh Gott, da waren wir so lange, ich glaube Was ist er denn? Scheiße, ich glaube das war eine falsche Ja, schade, das war wirklich die Idee gewesen Ja, Z, 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 vor dir müsst ihr euch nacken Nein! Feiner Mensch Ich will push forward and make my vault stop Ich werde das easy gewinnen Ja, ich werde das easy gewinnen Come on Relativ gesehen ist es schon easy Ja, haste recht Easy Was ist er falsch? Nein, das war der richtige Oh mein Gott, ey Oh mein Gott, ey Und act fast Ich bin ganz klar Ich bin ganz klar Oh, ich bin ganz klar Ich bin ganz klar Nein, scheiße. Oh mein, Frau. Nein, ich hole die Schlampe. Was? Oh Mann, wieso hat der denn das auf den Minion gemacht? Das war richtig komisch. Mann. Einmal Sonnenfeuer umhaken, dann läuft. Teams hat inzwischen 8-8, Alter, scheiße. Was geht bei der denn? Alter, der Zoom ist ja komplett gut. Mach doch irgendwie nicht. Der Farm ist echt geil. Echt? Oh, ist ja auch dabei. Vielleicht. Haben die anderen aber auch verloren. Also von den Gegnern. Ja, trotzdem. Ich will natürlich nicht. Ich hatte am meisten von den Geilen gefahren. Sein Geist. Oh, geil. Okay. Oh, geil. Oh, nein, wir sind ja überall hin. Ich habe in den Geilen gefahren barb. Deine Folge ab. Das ist für mich immer wieder zu weinen. Ich bin super, ein kleines Eracht. Ich hab mich nicht gelegt. Oh nein! Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, wir stehen auf jeden Buhl. Achso, das ist eigentlich auf englisch, das ist nicht geil. Ja, ich hab das Game auf englisch. Sind da die Lacher von dem Nunu. Viel geiler. Echt? Mir gibt nix geileres als Nunu's Lacher auf englisch. Hehehe, nein. Okay. Oh ne, wir müssen den jappen. Ja. Schako ist hier, ne? Zed auch. Sandra! Ich glaube, es ist alles weg. Kann ich leider nicht. Hm. Oh, schade. Ja, das Problem ist, dass wir wirklich keinen wichtigen Teamfight haben. Volk ist hier. Der ist echt ein bisschen kack dran. Der ist ja eigentlich gar nicht so schriftlich. Hä? War der nicht? Schau mal. Man, I'm good. Hier verskile ich die Speed up. Ja? 7 Jawoll Was ist denn? Oh, ehrlich? Das ist ja langsam natürlich auch geil von dir Ja, das passt richtig gut Ja Gebe ich dir recht Ja Tschüss Ja, mach ich dir Aber jetzt darf ich dir rausgeben, dass ich meine Arme Lauf, lauf! Soll ich da lang? Der tötet dich Der tötet... Scheißdreck, ich töte ihn Nein Komm her, Wichser! Loll! Der tötet mich! Ja Wir machen nur keinen Schaden an dem Komm her! Achso, Achtelkraft war auch offen, Tanki ist aber nicht verkehrt Wir brauchen noch immer was Tanki, sonst haben wir nämlich nichts Klar komm ich Tanki Loll, wir möcht' dir aufgeben Willkommen zu neuen, neue Champions League Das wäre ihn natürlich Oh, wie heißt das Item nochmal, das was ich meine? Loll? Ja Vosel 2 2 3 I will surprise them with my decision. Are you freaking kidding me? I must take an egg, fast. You must see this. That's a constructive criticism. I am all jinxed, jinxed. What? Niiice! Das war richtig auf die Höhe! Oh nein! Das war richtig nice. Okay, das war richtig nice. das war richtig gut. Loil! Aber einen Finisher-Campern nicht, oder? Das ist nicht ja richtig. Ja, Drake ist aber auch eine neue Idee. Ja. Ja, äh, das zur Trolling Edition reicht erstmal. Ich mach die Musik jetzt aus. Genug Happy Troll gehört. Ja, wie lange geht's wieder? Äh, ich hab die 2 Stunden Edition eben angemacht. Ich hab die 2 Stunden Edition eben angemacht. Was? Dann hast du die nicht mehr zu Ende? Haha, als ob, Alter. Kappa, er kauft wirklich Sonyaas. Der hat Sonyaas. Der nie. Hä? Nein, das stimmt. Der hat echt Sonyaas. Ach du, er kauft doch nicht. Der ist weg. Arschloch. Ah. Da ist er. Oh ja, der ist nicht. Der ist nicht. Oh nein. Oh nein. Das ist ja zuhause! Das ist ja zuhause! was wollen die denn da wir haben zwei smites mensch doppelte chance dass wir den smiten so jetzt jinx ist nicht da doch das war scheiße von ihm Aber guck mal unsere Minions Alle unsere Minions, ja Glaub ich mir jetzt auch so näher ist, ähm Ich muss bloß aufpassen, Alter Start Oder? Ich weiß nicht, soll ich mir starten? Oh Gott, oh Gott Nee, 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 nicht starten Jetzt, den snacken wir, diesen Wichser Okay Komm, ich will sie haben Nein Nein Ja, von der Entfernung, oder was Get dragged Perfekt Hat sie verdient Ja Smite den vollkommen Ja Ich hab keinen Zweifel mehr Ich hab keinen Zweifel mehr Wapp Wir holen den Alles klar Die haben aufgegehen Ja, das war unser kleines Troll-Game Wir haben deutlich weniger getrollt, als wir eigentlich vorhatten Aber ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht zuzugucken Wie es uns Spaß gemacht hat zu spielen Ich muss echt sagen, Pascal, das war sehr witzig mit dir da unten Ja, das war's Eigentlich war der Sinn des Games, Blitzcrank OP zu machen Am Ende war Nunu OP Und unser Leasin war natürlich auch OP Obwohl wir ihn erstmal hart getrollt haben Aber Ich muss sagen, wir haben das echt super gemacht dafür, dass wir wirklich nur getrollt haben Also GG Tschüss, bis zum nächsten Mal